So, so, so YouTube. Hallo, lo, herzlich willkommen zu Geotastic. Ja, da sind wir wieder. Wir wollen Geotastic spielen. Wir haben wieder unsere drei Runden. Unendlich viel Zeit. Wir werden irgendwo in der Welt abgesetzt und müssen genau herausfinden, wo wir sind. Ich will 18.000 Punkte knacken und ich denke, das schaffen wir. Deswegen gehen wir rein in Runde 1. Und rein da. Oh ja. Mariham. Geiler Startpunkt bei Palzbölle. Okay, ich habe eine Ahnung. Ich habe eine Ahnung. Hier. Wie heißt das? Palzbölle. Dann gucken wir mal. Palzbölle. Finbi. Palzbölle. Lickgolm. Wäre zumindest das Einfachste, nicht? Deswegen gucke ich hier gerade. Palzbölle. Na, guckt mal. Direkt gefunden. Wir sind an der Straße nach Palzbölle. Jetzt ist nun die Frage, sind wir bei Palzbögen? Mariham ist 18. Das, die Bushaltestelle, die kann es nicht sein. Haben wir einen Knick im Norden? Ja. Dann sind wir hier. Hier hätten wir auch einen Knick, aber nicht so stark. Die Straße heißt leider in beiden Fällen gleich. Weil es der Palzbogen ist, nicht? Oder Weg. Das ist schlecht. Und was können wir es ausmachen, wenn wir über die Kurve fahren und die Linkswägen finden? Das machen wir doch glatt. Ihr habt O2-Internet. Wir reden nämlich nebenbei über das Internet. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so für Internet habt. Wir haben auf jeden Fall Telekom. Also ich muss sagen, auch O2 ist bei mir unten durch wegen ihrer Datenpolitik. Das werden die wenigsten von euch hinbekommen. Weil wir verbrauchen einige Terabyte an Daten im Monat. Und O2 hat so eine Fair-Use-Politik und ab 300 irgendwas Gigabyte oder so. Können sie drosseln auf lange Sicht? Da wären wir schon lange raus. Das können wir uns gar nicht erlauben. Ich weiß nicht, ob sie die immer noch haben, diese Politik. Ich hoffe mal nicht. Oh. Mangelböe wäre hier. Dann sind wir doch hier. Guckt an. Gut, dass wir hier waren. Ja. Die Kurve sah nicht so aus wie die hier. Und da müsste südlich von uns noch eine Halterstelle sein. Aber noch schlimmer als O2 ist für mich, ja. Die Telekom. Finish. 2,45 Meter. Äh, nicht die Telekom. Äh, Vodafone. Telekom ist für mich zumindest der einzige Anbieter, mit dem man kommunizieren kann. Ach du Scheiße. Oh. Das ist interessant. Es ist was anderes, als ich gedacht hatte. Terzazuatisiak. Ich hab kein Schimmer, wo wir sind. Wow. Ja. Äh, was war mit Vodafone? Ähm, wer mich schon länger verfolgt beim Stream, der weiß, dass früher das Internet ab 18 Uhr, 19 Uhr in Berlin einfach weg war. Ähm, ich war damals bei Kabel Deutschland, perfektes Internet. Ich hatte selten so ein gutes Internet mit so einem geringen Ping wie bei Kabel Deutschland. Und dann hat Vodafone Kabel Deutschland übernehmen dürfen. Und damit gingen die Probleme los. Das war der Anfang vom Untergang. Äh, erstmal neuen Router bekommen, der nicht funktionierte. Dann ständig irgendwelche Umbaumaßnahmen, bis die Netze integriert waren. Ständig Ausfälle. Und dann Knotenpunktüberlastung ohne Ende, weil sie Knotenpunkte reduziert haben, um Kosten zu reduzieren. Und dann hatte ich immer ab 18, 19 Uhr, wenn ich halt streamen wollte, quasi oft kein Internet. Das Gute war, ich hatte zumindest, der Upload, der ging. Nicht? Also, der Stream hat dann immer nur gelaggt. Aber der Download ging halt gar nicht. Du konntest nix machen dann. Tagsüber? Wunderbar. 500 Mbit. Alles schön. Und abends hast du einfach 0,8 gehabt. Instant. So. Konntest kein Netflix gucken oder irgendwas. Du konntest nix runterladen. Ich hab immer so gemacht, dass die Geräte tagsüber so einen automatischen Download haben, wie in der Xbox. Dass die das dann machen. Das war so schrecklich. Und dann immer wurde davon geschrieben, ja, wir wissen, der Knotenpunkt ist überlastet. Ich hab drei Jahre nicht fürs Internet gezahlt. Die haben ja immer das erstattet. Ich hab mich beschwert, hab gesagt, beheben sie es. Nee, okay, wir erstatten. Oh. War mir dann quasi egal, weil es war faktisch auch nicht nutzbar. Aber es war, also ganz ehrlich, es war schlimmer, das Internet nicht zu haben, als das Geld wiederzubekommen. Also ich hätte aufs Gate geschissen, wenn ich Internet gehabt hätte, nicht? Sagen wir es, wie es ist. Das ist halt für mich einfach das Nonplusultra gewesen. Und sowas wie Unlimited-Verträge gab es damals auch nicht bezahlbar, nicht? Das war ja 2013, 14. Das waren Zeiten, da hast du noch eine halbe Niere für so einen Vertrag verbraucht. Und damals hab ich auch nicht so viel verdient, dass ich so einen Vertrag mir leisten hätte können. Von daher, ja. War auf jeden Fall. Und da war ich auch so sauer. Also ich sag mal so, den Router haben sie zertrümmert zurückbekommen, weil ich so sauer auf dieses Scheißgerät war. Kann natürlich nichts dafür, aber... Oh, Kabel, Internet, niemals wieder. Und wo davon, von der Kommunikation auch her. Gehst auf Kontaktformular, dann wirst du an einen Bot weitergeleitet. Und der Bot gibt dir dann einfach nur immer wieder die Service-Hotline. Und die Service-Hotline, die verweist dich wieder irgendwo hin. Oder du hängst ewig in der Schleife. Oder du hast Leute dran, die einfach nichts dürfen, weil sie nur ein vorgestaltetes Callcenter sind. Und einmal hab ich es geschafft, mit dem Techniker zu reden. Und der hat es eingestellt, dass der Anschluss quasi nicht funktional ist. Und deswegen hab ich es auch immer erstattet bekommen. Aber da muss man sich erstmal so durchkämpfen. Das hat so viel Kraft gekostet. Niemals wieder im Leben. Und hier bei der Telekom, der hat uns quasi eine neue Leitung in die Wohnung sogar gezogen. Die damals bei Kabel Deutschland auch. Die kam an, oh nee, ihre Leitung ist nicht gut. Die haben 15 Minuten gebraucht, haben die ein neues Kabel komplett durch den Altbau in Berlin gezogen gehabt. Zack, kam bei mir aus der Dose ein neues Kabel. Und danach alles wunderbar. Und der Anschluss hat irgendwie von Bestellung bis die das neue Kabel gezogen haben, hat das zwei Tage gedauert. Bei Vodafone, da brauchst du für einen Techniker-Termin, ist ja schlimmer zu bekommen als einen Arzt-Termin in Deutschland. Also, boah. Also, ist natürlich alles lange her. Und es kann sich vieles geändert haben. Aber die negativen Erfahrungen sind geblieben. Und deswegen bin ich auf Vodafone, weiß nicht, nicht so gut zu sprechen. Und ich unterstütze dann auch lieber die Telekom, muss ich sagen. Auch wenn die auch viel Scheiße machen mit ihrem Glasfaser-Überbau. Muss ja auch nicht sein, irgendwelche Dörfer zu blockieren mit Vectoring. Aber, ja, ich weiß nicht. So immer diese ganzen Anbieter, die so Scam-mäßig unterwegs sind. Was ist das denn? Han Solo! Wir sind gelandet! Wo ist der, äh, wie heißt der? Äh, Falcon. Wir müssen ihn ausspüren. Das ist ja scary. Wow. Einfach im Nirgendwo. Das sieht aus echt wie so eine 80er-Jahre-Film-Kulisse-Anlage. Huhu. Was sind wir bitte? Ich würde hier Atacama-Wüste oder sowas sagen. Aber hier ist überall Wasser. Wir haben Seen. Das Problem ist, ich kann mich kaum fortbewegen. Das ist doof. Aber wir sind schon in Runde 2. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, ihr habt besseres Glück mit eurem Internet. Und seid auch zufrieden damit. Okay. Noch mehr Wasser. Also, wir sind am Ende einer Straße im Süden. Oh, ich dachte gerade, es geht nicht weiter. Alter, Alter. Okay. Hier können wir in zwei Richtungen wahrscheinlich weggehen. Oder in... Ne, wir können nur rumfahren. Da hoch können wir gar nicht. Kirgisistan würde ich auch ausschließen. Eigentlich hätte ich gesagt, am Anfang Island. Es könnte Grönland im Sommer sein oder sowas. Das könnte im Fjord sein, nicht wahr? Das ist irgendwas ganz Abstruses hier. Definitiv nordisch. Oder? Die Leute. Der sieht aus wie ein Fischer. Hm. Den meisten geht es um den Preis. Und da geht der Fehler halt leider los. Beim generell. Man darf immer nicht vergessen, wenn man jeden Cent sparen will, dann wird irgendwo ein Job dafür eingespart. Also, manchmal muss einem auch egal sein, dass eine Sache vielleicht 20 Cent teurer ist, wenn man es sich leisten kann. Ich weiß, viele können sich das halt nicht mehr leisten und müssen halt auf jeden Cent gucken. Aber im Endeffekt kostet Preis-Sparerei am Ende Arbeitsplätze. Andererseits treiben die Firmen auch unnötig die Preise in die Höhe und geben das nicht an die Mitarbeiter weiter, sondern nur an irgendwelche Investoren, was wiederum scheiße ist. Das heißt, die Belegschaft wird ja trotzdem entlassen. Okay. Bowling Center. Bowling Center. Kangaroo Lu Suak. Ich habe so gar keine Ahnung. Ich würde ja hier vermuten. Suak. Narra Suak. Ja, okay. Wir sind auf jeden Fall hier. Nugaru Suak. Kangilar Guit. Okay, wer es sieht, darf schreien. Ich glaube, hier kommen noch mehr Orte. Die Seite ist nämlich sehr stark besiedelt. Das wissen die wenigsten. Vielleicht in der Nähe der Hauptstadt. Äh, die müsste gleich kommen. Kanga Sumuid. Kann der Kala... Da ist ein D mit drin. Hier... Ist das hier? Nee, das ist noch nicht die Hauptstadt, ne? Hier müsste die sein, irgendwo. Äh, irgendwo hier drin. Kangasiak. Kangals. Kangals. Ach, du Scheiße. Rittenbeck. Storin. Storin. Kangalsuid. 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 Wir suchen aber Suid. Und hier Suid. Und hier Suid. Suid. Und wir suchen Suid. Suid. Das kann doch kein Mensch aussprechen. Das klingt so, als ob man einfach sturzbetrunken ist. Kangalsuid. Kangalsuid. Ah. D drin. Kangalsuid. Aber ganz dicht dran. Kugursuid. Guck mir aber das an. Nicht, dass es nur falsch geschrieben ist. Aber hier gibt es nicht mehr eine Straße, nicht? Okay, es gibt auch nicht so viele Straßen bei denen. Es gibt nur Straßen nämlich hier und dort. Können wir eigentlich nur noch hier sein, irgendwo. Oder ist das vielleicht doch Island oder so? Wobei ich da echt nicht dran glaube. Oder wir sind ganz im Norden. Und hallo Matthias. Wird eine lange Runde? Ne. Nach Klamm suchen? Ne, wir suchen diesen Ort hier. Darum geht das ja in Geotastic. Das ist zufällig. Da habe ich keinen Einfluss drauf, was kommt. Das ist ja ein Spiel. Apropos Spiel. Ich hause euch mal einen Chat. Zack. Da könnt ihr nämlich auch selber spielen. Und wenn ihr Glück habt, kommt der Ort, den ihr wollt, durch zuvereinen. Oder ihr begrenzt die Region auf Deutschland. Wenn es in Deutschland ist. Ja. Das passt von den Namen nicht her. Das passt schon von den Namen sehr, sehr gut hier. Ich meine, wenn wir es finden, es gibt nur zwei Straßen, dann ist es easy. Vielleicht ist Spitzbergen noch? Ach, das könnte auch noch sein. Hm. Wo ist Spitzbergen? Da oben. Ups. Nicht, dass ich mich da ein bisschen verrenne. Spitzbergen. Neulich waren wir hier unten auf der Insel. Pyramiden. Hier gab es doch nur diese eine größere Ansiedlung, nicht? Norddings. Äh. Ansonsten können wir noch in Faröhr sein oder so. Oder hier. Jan Mayen oder sowas. Ne. Äh. Wo ist es? Faröhr. Passt vom Namen her auch nicht, nicht? Ne. Die hätten auch andere Namen. Können nur irgendwo hier oben sein. Shit. Äh. Das wird ne, ja. Ne lange Runde. Einfach nur den, den Ort zu finden. Nicht? Es gibt hier immer wieder kleine Orte. Hier Eureka. Und wir werden nichts finden, um das einzugrenzen. Devon Island. Baffin. Maryport. Ah, das sieht so von der Art der Region schon gar nicht schlecht aus. Und ich mein, hier sind Straßen teilweise, oder? Ne. Sind nicht mal Straßen eingezeichnet. Oh man. Okay, das wird eh nur raten. Also wenn wir Pech haben, ist die Straße sowieso nicht eingezeichnet. Aber die Ecke ist es, oder? Das ist Kanada. Oh. Oh. Oh, es könnte Kanada sein hier oben. Das würde Sinn machen. Haben wir ne Flagge irgendwo? Polar. Aber guck mal, hier ist Polarbär. Wir fahren mal noch ein bisschen. Gibt es den Namen, der da steht auf der Karte nicht? Keine Ahnung. Ich kann ja nicht die ganze Karte absuchen. Kanga. International Science Support. Kanga. Fusuak. Hier steht es auch anders als da vorne. Auch schlecht. Aber was mich halt stutzig macht, ist, äh, dieser Polarbär hier. King Kong Bar. Das muss halt der, der Sommer sein, der hier drei Tage ist. Okay. Hier wissen wir auf jeden Fall Luftgruppe West. Grönland. 997 Westen. Das heißt, wir wissen schon mal West-Grönland. Okay. Und wir waren wo? Hier beim Gucken, nicht? Ich meine, ich werde hier keine Straßennummer oder irgendwas finden. Wir haben auf jeden Fall einen Airport. Air Greenland. Da hätten wir es auch jetzt raus. Schöner Shit. Da kommt sogar, oder fliegt gerade eine Maschine weg. Ja. Flieg, kleine Maschine. Flieg. Und komm ja nicht wieder. Ich fahr da vorne nochmal in die Kreuzung. Aber ich glaube... Mehr als den Namen Kangaladasulak werden wir nicht rausfinden. Flieg. Ah. Ja. Hier ist Sensei. Weiter können wir nicht fahren. Okay. Dann fahr ich nochmal zurück. Können auch nicht links oder rechts. Genau. Wir können den gesamten Westen absuchen. Ist immerhin eine Eingrenzung, nicht? Das stimmt. Das hat sich so hingehend gelohnt. Äh, Hinweise suchen lohnt immer. Aber ich wünsche, man könnte einfach so sagen, springe 20 Meter weit. Ähm, wo stand denn das? Stand doch in irgendeinem Gebäude hier. Polarbeer Inn? Nee. Nicht, dass wir in Quinguata Atufaria sind. Aber es könnte auch Kindergarten heißen, glaube ich eher. Weil der andere Name öfter dran stand, nicht? Hier Kangaladasulak. Vermute ich den auch eher. So. Und da steht ja Polar. Ich weiß nicht, wo der Polarkreis hier ist. Der ist nicht eingezeichnet. Aber auch unglaublich, nicht? Dass es Orte noch immer auch hier oben gibt. Und so. Also immer mal wieder ein, zwei Orte. Fort Conger. Aber der ist aus in Kanada. Oh Mann. Aber hier ist nix weiter, nicht im Westen. Das heißt. Wenn wir den Westen von hier durchziehen. Können wir irgendwo von hier sein. Und dann nach oben nochmal. Kangalua sehe ich halt. Aber selbst dann, nicht? Es ist halt nur ein Name auf der Karte. Also. Ich werde eh nicht 18.000 Punkte kriegen. Das funktioniert hier nur in der Hauptstadt. Hier ist eine Straße immerhin. Aber da müsste ja auch ein Airport sein. Aber es könnte durchaus. Nee. Dass das hier der See ist. Und das die Straße, die wir hochgefahren sind. Das hier die Gebäude. Und hier ist der Flughafen. Nee. Oder? Das passt nicht. Ich habe auch schon mal versucht, danach zu googeln. Das kann man so ziemlich aufgeben. Manchmal passt ein, zwei Buchstaben nicht. Ich glaube, die wissen selbst nicht, wie sie sich schreiben. Oder Google weiß es wieder nicht. Hm. Ja. Das ist schon eine heftige Scheiße. Wieso nach mehr Hinweisen? Na, wir können nicht weiterfahren. Wir können nur nach da. Und wir sind da hinten hergekommen. Und da ist Ende. Da ist der See. Also mehr haben wir nicht. Mehr kriegst du nicht. Du kannst nicht nach links. Du kannst nicht nach rechts. Das einzige, was du kriegst, ist das hier. Da hinten Greenland Air. Und hier Westblablabla Division. Das sind ja schon gute Hinweise, nicht? Es gibt nicht viele Orte mit Straßen. Davon mal abgesehen. Aber Grönland ist halt riesig. Das wird's sein. Mit K hinten. Ah, da ist ein D drin. Das passt doch nicht. Weil hier ist auch keine Straße drin. Das ist kacke. Ja, ich glaub, wir werden raten müssen am Ende. Einmal hatte ich's, dass das... Genau. Hier hinten ganz in der Ecke drin ist. Da haben wir's doch. Gefunden. Ohhhh. Ey, das war jetzt aber Erinnerung. Weil ich wusste, hier hinten gibt's irgendwo ne Stadt. Und ich war einmal in der. Aber das sah nicht aus wie die. Da muss es noch ne andere geben. Ich hab nämlich immer alles abgesucht. Weil alle hier vorne sind, nicht? Und eine einzige Kackstadt. Dann muss es die gewesen sein damals. Oder ich war hier bei der oder so. Okay. Aber die passt wie die Faust aufs Auge. So. Oh man. Okay. Und hier ist der See. Im Süden. Und wir sind... Haben hier sogar einen Straßennamen. Tesalala Sikak. Das heißt, wir stehen genau dort. Und bingo bongo. 3,46 Meter in Grönland. So geht das. Schöner Kack. Aber wir haben ihn besiegt. Grönland ist unser. Grönland. Ja. Es gibt halt nicht so viel Straßen in Grönland. Deswegen kannst du auch nicht sagen, ich suche eine Straßennummer oder irgendwas. Nicht? Jeder Ort hat sein eigenes Straßennetz. Und ich mein... Ey, das ist schon ein riesiges Straßennetz für Grönland hier. Ich frage mich, warum die überhaupt Autos haben. Nicht? Die kommen eh nicht weit irgendwo hin. Also... Die können mit dem Auto ja nur von hier nach da fahren. Also... Wozu habe ich ein Auto? Wahrscheinlich nur im Winter, damit ich heizen kann für die kurze Strecke. Weil ich draußen nicht laufen kann bei minus 40 Grad. Das ist das einzige, was ich mir erklären könnte. Oh man. Und irgendwie muss man das Auto da ja hinbekommen. Ja, überm Flughafen wahrscheinlich. Das ist auch so. Ich mein, guck mal. Man denkt hier so... Oh, die haben Museum, Barbecue, bla bla bla. Und dann bist du da und dann hast du da einfach nur diese Hüttchen gehabt. Nicht wahr? Oh. Na gut. Ich hab meinen Ton verstellt. Ihr kennt mich. Profi wie immer. Ich hoffe, ich bin nicht zu laut geworden. Aber es geht weiter in... Runde 3. So. Haben wir doch geschafft. Und wir sind in England. Oh weh. Ich mach mal... Ich mach mal was, wo die wenigsten wahrscheinlich wissen. Aber ich würd sagen... Erstmal... Ich tippe mal auf Jersey. Einfach nur so... So ein Gefühl. So ein erstes. Ob es sich dann bestätigt, werden wir dann sehen. Eine der schönen Kanalinseln. Wusstet ihr übrigens, dass die Insel Sarg, die auch eine Kanalinsel ist und direkt hier neben liegt, äh... Die Flagge als UTF-8 Emoji aktuell ausstehend hat. Das heißt, ihr könnt bald, wenn das durch ist, von dieser schönen Insel das Flaggen Emoji benutzen mit UTF-8. Na. Wow, nicht wahr? Das sind Informationen, die wir auf jeden Fall alle gebraucht haben. Ah, hier ist auch schön Herbst. Passt zumindest zu uns aktuell. Aber ich glaub, da ist immer Herbst. Ich mein, in England und London kennen die eh sowas wie Sommer nicht. Hm. Aber wir müssen bis zur nächsten Kreuzung fahren. Und dann wird da irgendwas auf dem Schildrand stehen. Was ich ausschließe, wäre Isle of Man. Dafür ist die Straße fast zu breit. Wart ihr schon mal in England? Oder... Großbritannien? Ich... Muss sagen von... Wie viel Reisen ins Ausland hab ich gemacht? Zwei waren beide nach England. Einmal London, einmal Leeds. Und ich muss sagen, ich war super begeistert. Und wenn ihr noch nach England wollt, oder London oder Co. Dann fahrt bis März, weil danach braucht ihr ein ETA. Wie, wenn ihr nach Amerika wollt. Ähm... Die haben da, ja, alle Abkommen dadurch, dass sie aus der EU sind, laufen jetzt aus. Und dann darfst du als EU-Bürger nicht mehr mit deinem Ausweis nur einreisen. Sondern brauchst, wenn du länger bleibst, ein Visum sogar. Wenn du nicht schon vorher da warst. Oder einen Wohnsitz da hattest. Oder du brauchst halt dieses ETA, oder wie das Ding heißt. Was du erst beantragen musst online. Und 15 Pfund kostet. Damit sie nämlich noch mehr Geld machen. Deswegen wird der Flughafen... Und das ist jetzt interessant. Selbst wenn du über den Flughafen in England fliegst. Oder in Großbritannien fliegst. Braust du dieses ETA für 15 Dollar. Und musst es selbstständig vorher beantragen. Kannst du das nicht mal mehr drüber fliegen. Ähm... Bedeutet, England oder Großbritannien wird großartig, ähm... Wegfallen als Knotenpunkt für die Luftfahrt. Das ist schlecht für England. Und wird da gerade heiß diskutiert, ob man das nicht irgendwie aushebeln kann. Weil alle das nicht wollen. Weil sie Angst haben, dass bis zu 30% der Flüge im ersten Jahr schon alleine deshalb wegfallen. Ähm... Was... Wirtschaftlich eine Vollkatastrophe für die Flughäfen um London wäre. Ja. Aber gut. Sie wollten aus der EU raus. So, was haben wir denn da? Douglas! Ja. Dann... Würde ich fast sagen... Douglas... Warte mal... Dann sind wir doch auf der Isle of Man. Oder? Ja, Douglas. Shit! Hätte ich nicht gedacht. Fuck! Und da... Isle of Man. Ah... Scheimkleister. Die hat so breite Straßen. Ich bin sonst immer in so engen Straßen gewesen. Mann, Mann, Mann. Ein Ortsschild... Na gut. Das hilft mir ein Ortsschild, wenn ich nicht weiß, wo ich bin, in welchem Land. Aber jetzt wissen wir ja in welchem Land. Jetzt hilft mir auch ein Ortsschild. Aber, äh... In England kann ich dir sagen, es gibt so viele kleine Pupsorte, da hilft dir kein Ortsschild. Außer du bist halt im großen Ort. So ein Schild hilft dir da mehr. In... In Afrika hilft dir auch ein kleines Ortsschild, weil es halt wenig Straßen mit Orten direkt gibt. Ähm... So gesehen. Aber hier hast du halt auch so viele kleine Nebenstraßen, die du in Afrika gar nicht abgefahren hast. Aber hier ist überall das Google-Auto langgefahren. Selbst nach Garth. Aber das... Ja... Wird dir nicht helfen. Also in dem Fall vielleicht, weil du es siehst. Aber hier gibt es ja auch wahrscheinlich... Irgendwelche Orte, die man nicht sieht. Sofort. Deswegen lieber was Handfestes suchen. Und... Hallo Rainer! Ich glaube ja nach Amerika... Nicht denn weg, wenn die Indianer heute so eine Art... Elfen... Achso. Hätte man Amerika nicht entdeckt, wären die... Äh... Warte. Native Americans heute so eine Art Elfen. Naja gut. Elfen ist vielleicht ein komisches Wort. Aber ich weiß glaube ich, worauf du hinaus willst. Das ist ja wie mit diesem Volk, was jetzt in Afrika... Äh... Äh... In Brasilien wieder entdeckt wurde. Die noch nie Kontakt zu Menschen hatten. Die aber gleich alle Holzfäller irgendwie umgebracht haben. Die in die Ecke kamen. Die sind zwar geschützt, aber die Leute halten sich nicht dran. Und da ist gerade so eine Art, ja... Eingeborenenkrieg mit den, ja... Holzfällern, die da alles roden wollen. Ausgebrochen, wenn man so möchte. Ähm... Die wehren sich natürlich. Und die verstehen ja auch gar nicht, was los ist, nicht? Also... Für die gibt's ja sowas wie die Welt drumherum eigentlich gar nicht. Hier A3, A1... Peel Ramsey. Ramsey müsste... Wo ist Ramsey? Ramsey... We are Kirk Michael. Genau. Das heißt, wir müssten eigentlich genau hier drauf zufahren. Und das ist... nordwestlich. Nordwestlich. Also sind wir irgendwo hier. The Horsehorn. Haben wir das nicht gelesen? Ich fahr nochmal dahin, aber ich bin mir schon fast sicher, dass wir da sind. Habe ich vielleicht noch einen Straßennamen? Da. Da. Da haben wir noch einen Straßennamen. Airport. Ja, okay. Das ist ein toller Straßenname. Bei denen stehen die Straßennamen nämlich immer unten so an dem Bordstein dran, wenn sie da sind. Aber... Hier haben wir Pech. Hier steht nix dran. Na gut. Dann zurück zum Start. Ayrton Road. Okay. Oder Ayrton Road. Wenn wir die finden... Und die geht nach Nordwesten weg. Äh, Nordosten. Dann kann's eigentlich die sein. Steht aber nicht dran. Sind wir so weit... So weit sind wir nicht gefahren. Scheiße. Hier steht erst was dran. Baldowickle Road. War so weit im Süden. Doch. Hier sind wir. In Crosby. So weit sind wir gefahren. Das geht so schnell in so einer kleinen Stadt. Okay. Da müsste hier die Old Church Road gegenüber sein. Ah. Passt. Man kann's leider nicht lesen. Dann... Das heißt da. Old Church Road. Okay. Haben wir. Finished. Und damit haben wir's geschafft. Wir haben... 18.000 Punkte. Wir waren 2 Minuten... Äh, 2.29 in Aarland. Sehr stark. Wir waren 20 Minuten 29 in Grönland. Auch sehr stark, wie ich finde. Und wir waren 8 Minuten in Isle of Man. Auch sehr gut. Wieder 30 Minuten. Und ich würde sagen, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Ja.